Willkommen hier wieder bei Counter-Strike Global Offensive und ich spiele gerade so ein bisschen Gelegenheitsspiele. Oh, ja der Bot ist kaputt, ich muss mich gerade so ein bisschen entschuldigen, weil ich ja ein bisschen länger keine Videos gemacht habe und das momentan auch so ist. Und das kommt, weil ich momentan dabei bin, meine Facharbeit über das Thema Social Media zu machen. Und da dementsprechend viel Arbeit reinstecken muss. Boah, wenn man hier so erzählt, dann kann man ja nicht so gut auf die Leute. Ach, fällt mir gerade so auf. Hä? Wie viele Leben hat man denn hier? Ich bin, mir ist gerade so aufgefallen, hä? Ich bin irgendwie sehr langsam gestorben, obwohl die ganze Zeit auf mich eingeschossen wurde. Okay. Irgendwie, na gut. Bin ich gerade... Oh, ups, ups, ups. Ja, das tut mir aber leid. So, und zwar spiele ich hier mit ein paar Zuschauern vier Stück. Ähm, ich hab's ja gerade schon auf Facebook angekündigt, dass ich dann hier so eine kleine spontane Runde mache mit Leuten, die wollen, die können hier mitspielen. Ähm, aua, aua. Ja, das tat weh. So, Leute, die wollen, die konnten hier mitspielen. Ähm, ups, da tut mir aber leid. Ja, wer mich killt, der müsste dafür bezahlen. Es tut mir echt leid. So, was haben wir denn hier? Oh. Ey, ich wollte hin. Mann, ich bin schon wieder rot. Oh, Mann. Mann, ich will nicht rot sein. Rot sein ist doof. Nein. Jeder darf mich sehen. Oh. Oh, da war einer. Oh. Oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ähm. Ups. Oh. Das ist gar nicht so, wenn man jetzt so alleine moderiert und nicht mehr mit den anderen, dann ist es... Da muss man sich schon wieder viel mehr auf die Moderation konzentrieren. Und anstatt aufs Spiel, weil die anderen nicht da sind, um irgendwas zu sagen, weil ich ja alles alleine sagen muss. Ähm. Gut. Wer guckt denn da... Oh, ne. Ach, das war ein Teammitglied. Gut. Und dann... So. Auf jeden Fall wollte ich mich entschuldigen, dass in letzter Zeit sehr wenig kommt. Ich mache in letzter Zeit nur, wenn ich Zeit und Lust habe. Ähm. Oder wie jetzt noch eine spontane Runde. Oh. Aua. Aua. Dich. Das tut weh. Oh. Oh, ist der schon tot? Ist aber... Ja. So, bitteschön. Ähm. Nein, jetzt gibt's ne Pumpgun. Oh, Mann. Oh. Ja, ihr wisst ja alle, was mit meinen Pumpgun-Skins, äh, Skills ist so, ne. Oh. Ups. Ja, gut. Die sind anscheinend doch ganz gut, ne. Würde ich mal behaupten. Ui. So. Gut. Ich hasse das Haus. Nein, da kommt gleich einer und killt mich. Ich seh's schon, komm. Seh's echt, komm. Und dann bin ich tot. Gut. Wie. Hat mich gemessert, ey. Ist aber unfair hier. Mann. So ne Kamikaze-Attacke. Na gut. Kamikaze wär, dann wär er auch tot. Aber gut. Äh. Hinterhältig. Schlimm, ey. Habt ihr jemand? Weiß ich nicht. Mann. Bitteschön. So. Aua, Mann. Irgendjemand dominiert mich. Das ist aber nicht so toll. Ich möchte nicht dominiert werden. Ne, ne, ne. Das geht nicht. Oh. Shit. Shit. Da hat er mich gekillt. Oh. Da hat schon jemand einen Autosniper. Ich bin in der Runde so ein bisschen. Ich weiß er nicht. Ist gerade so ein bisschen. Ey. Ich wollte den haben. Mann. Ist aber. Oh. Da kommt der auch noch von hinten. Der. Der Husards. Er war Welsker. Wie auch immer. So. Dieses Haus. Ich mag Safehouse. Safehouse ist, finde ich, die schönste Map hier. Oh. Nein. Oh, Mann. Das war unfair. Das war echt unfair. Safehouse ist, finde ich, echt die schönste. Da war einer, ne. Aber ich wollte den jetzt nicht wahrhaben. Nein. Ah. Rächt er mich auf. So. Ähm. Bitte. Ups. Das war ein schöner Headshot. Muss ich sagen. Der war toll getroffen von mir. Ähm. Da kommt einer von. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Weiß nicht, wovon die Leute kommen hier. Keine Ahnung. Nein. Oh Mann. Ich wollte mich jetzt da drinnen verbarrikadieren. Aber war wohl nix. Nein. Ich hab Angst. Äh. Ja. Shotgun. Ich, äh. So. Aua. Aua. Cap. Da. Oh, haben wir doch geschafft. Haben wir doch geschafft hier. Wui. Jetzt sind wir auch bei der Autosniper hier. Schön. 87 g Automat. for aそ56 jiu deixaаться. Aua. Nee, 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 nee. Weil wir denn schon wieder von hinten kommen. Nee. Oh, Sechstötungen in Folge. Uh. Nein. Mann, du Arsch. Hast meine schöne Serie ruiniert, ey. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Nee, da gibt's das auch nicht. Hallo. Hallo. Keine Angst. Keine Angst. Ich bin schon da. Ups. Ah. Oh, nee, Mann. So. Ach, in dem Haus, da kriegt man Platzangst. Muss ich echt sagen. Das ist schon erschreckend. In so einem. Nein. Ich will doch nur da durch. Mann. Ich hab Angst. Kommt da jemand? Ich weiß nicht. Oh. Oh. Muss ich aufpassen. Oh. Ja, gut. Gegen eine Shotgun. Wird das leider nichts. Okay, man sollte mal aufpassen, wenn man spawnt. Und nicht denken, oh, da ist keiner. Oh. Diesmal hab ich dich erwischt. Rache ist süß. Oder sauer. Könnte auch sein. So. Bitte. Ups. Ja, die schon. Aua, Mann. So ein Dreck. Hallo. Bitteschön. Ob der da mit der Autosniper ist doch. So, ich war hier. Ha, Autosniper ist tot. Aber der hat mich schon wieder gekillt. Ist eigentlich schon jemand beim Goldmesser? Ich weiß es nicht. Mann, ich wollte den haben. Oh, klau mir den nicht. Arschloch, ey. So ein Arschloch. Oh, ich bin mein Goldmesser. Ja. Bam. Gewonnen. Oh, schön. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich gewinne. Aber, okay. War jetzt mal lustig. So. Ähm. Ja, gut. Ich möchte nochmal Safehouse. Ähm. So. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute von meinen Zuschauern gerade mitspielen. Weil ich, es sind ein paar sind, äh, als ich die Lobby gemacht habe, reingekommen. Ein paar haben gerade, glaube ich, auch noch geschrieben, dass sie reinkommen. Ich weiß es nicht. Wie hast du aufgeholt? Äh. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendwie hat man dann im Laufe der Aufnahme manchmal ein bisschen Glück. Oder so. Ich weiß nicht, wie viele Leute von meinen Zuschauern gerade sind.